Hey, heute gibt es mal wieder keinen Livestream. Ich werde dafür ein paar Videos machen und demnächst mal wieder. So, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack 5. Heute habe ich etwas, was ich abchecken muss. Und zwar, pass auf. Hüüüüü, Petrit, sind die Emeralds da? Nein, sie sind nicht da. Ja, keine Emeralds da. Oh, 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 das tut weh. Nee, Spaß. Ich habe vorhin eingeloggt und gesehen, hier hinten steht dafür eine Kiste. Er hat sich trotzdem dran gehalten. Dank für die Emeralds, die haben die Kiste hier vorne hingestellt und er hat die hier hinten hingesetzt. Okay, Petrit, du hast nochmal dein Ärschchen gerettet. Sonst, ja, mit den großen Jungs spielen, das ist gefährlich. So, ich hatte ihm 64, ein 64er, 64 Stück plus 28 zurückgegeben gehabt, anfangs. Er hat gemeint, er hat mit Zinsen zurückgegeben. Aber warte mal, das müssten genau so viel... Hi. Hallo Mo... Äh, warte mal kurz. Ja, okay, gut. Sind, ähm, acht Emeralds mehr. Sehr gut. Kann man mal machen. Keine Ahnung, auf 100 Emeralds hochgerechnet so. Ja, acht Prozent oder sowas. So, pass auf. Äh, ich tue mal meine Emeralds wieder raus. Schön gelagert. Ich hoffe, er konnte mit was anfangen. Dann kann ich die Dinger mit abbauen. Und dann habe ich noch etwas. Ich habe mich schon gefragt, wie lange das TNT da draußen stehen bleibt. Ähm, nicht so lange. Ich werde euch gleich zeigen, was passiert ist. Und ich werde euch auch gleich erzählen, was abging. Äh, haltet mal kurz fest. So. Ähm, seht, es fällt da nichts mehr runter. Und schaut es euch an. Es ist weggesprengt worden. Und zwar von Dena. Dena. So, jetzt hängt es da so geclosed uns. Ja, der, ähm... Ich habe gestern mal in seinen Livestream reingeguckt. Und, äh... Er wollte sich die Konstruktion angucken. Hat sich von unten nach oben gebaut. Und dann ist ein TNT auf seinen, äh, Erdblock gefallen, wo er gerade sich hochgebaut hat. Und dann ist alles in die Luft geflogen. Also oben kurz schon davor dran war. Und er hat die komplette Schaltung oben, ähm, weggefetzt. Alles. Komplett. Dena. Das ist eine eindeutige Kriegserklärung. Erklärung. Und falls du dieses Video schaust, hör genau zu. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Jetzt, jetzt, jetzt ist Schluss. Jetzt gibt's Eskalation. Warum spawnen du unten Mobs? Pass auf. Ansage an Dena. Meine ernsteste Ansage, die ihr jemals gesehen habt und sehen haben werdet. Ja, es ist ja eine Sache, wenn man so ein bisschen hier rumtrollt, aber es ist eine andere Sache, wenn man meine Sachen wegspringt. Pass auf. Ansage an Dena. Wenn du mir 10 Slime-Blocks bringst, dann zeig ich dir, wie man so ein Ding baut. Und ich repariere meins wieder. Weil dann, ja, kann ich das wieder zusammenfremeln. War nicht so teuer. Piston hat noch gefehlt. Ein Micah, das krieg ich hin. Und eine Activator-Rail. Zwei Activator-Rails brauchen wir, aber da hab ich ja noch welche übrig. Also das geht bautechnisch recht gut, aber das Problem ist, die Slime-Blocks zu farmen. Das ist... Ich weiß, ich hab noch welche übrig, aber vielleicht kann ich ja für andere Projekte noch nehmen. Ich hab hier noch ein paar Slime-Blocks in meiner Spezialkiste. 48 Stück, also 8 Stück hatten wir gebraucht. Ich sag, bring mal 10 vorbei. Zwei Stück für Zinsen. Aber da ist echt nix mehr von der Schaltung übrig. Ich muss Comprator noch besorgen. Zeug gucken. Apropos, lass mal kurz Eisenfarm gucken. Lass mal Eisenfarm abchecken. Kann ich so? Sorge, wie da ist mein Kassel zusammenbassen, was weggeballert wurde. Ja, klar kann ich das. Muss mal hier raus tun, ein bisschen Zeug. Wir werden vielleicht ein bisschen weiter dekorieren dann. Und, ähm, falls er sich dazu bereit erklärt, mir die Slime-Blocks vorbeizubringen, dann kann ich ihm zeigen, wie man es baut. Und dann kann ich das mit ihm da oben reparieren. Aber ansonsten, ja, baue ich es halt über seinem Haus auf. Ja, ja, ja. Ähm, für hier draußen. Ich hab noch so viele Deko-Items dabei. Und ich möchte halt jetzt auch mal in die Pötte kommen. Pass mal auf. Ich werde jetzt zuerst die Löcher reingraben, wo ich das Wasser rein tue für die Deko. Träge ein bisschen Abständen, kommt mal einmal so ein Wasserloch hier mit rein. Und dann würde ich mal, wenn ich eine Beetrod hinmache, ein Zuckerrohr oder ein Weizen. Und dann, ach ja, eigentlich muss ich mal zwei schaffen, ne? Ja, ich muss mal zwei leer graben. Fällt mir grad mal so auf. Weil, ähm, eins für Wasser und eins für Erde. Ähm, mhm, 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 mhm. Oh. Da ging's nochmal runter. Hier muss ich etwas, äh, improvisieren. Dann brauche ich Slabs, die ich da hinbaue. Ich mache mal den hier nochmal. Und, äh, den hier mache ich nochmal. Und da kommt dann jetzt immer einzelne Wasser rein und so weiter und so fort. Hör, Potsdam muss ich mir besorgen. Ich hab so viel, so viele Deko, äh, 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 ich hab keinen Platz mehr. Ich muss mir irgendwas rauswerfen. Ist ja furchtbar. Zunächst mal, ja. Alle, die diesen zwei Blöcken hinterher trauern, ähm, ich hole sie mich immer. Danke. Nehme ich wieder mit und einmal nach oben. Ähm, ich würde noch gern diese Reihe hier schön machen. Und als nächstes Projekt nehmen wir mal die Zuckerrohrfarm in Angriff, die sich kreisförmig um dieses Loch, um den Fallschacht der Eisengolems nach Jeho rumwindet. Und, äh, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so wert. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ähm, das ganze Eisen kann raus. So. Die Schere brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Die kann ich mal kurz zurücktun. Die Hohe werde ich gleich brauchen. Und, äh, Slaps wollte ich holen. Da war doch grad was. Slaps nehme ich auch mal kurz welche mit, damit ich da zubauen kann und so. Äh, ich nehme mir mal ein klein wenig Wasser mit. Nochmal Wasser. Ja, ich würde das Wasser eher so hinten setzen und die Erde dann vorne dran. Ja, ich hätte auch Potzol nehmen können, das Blatt haken können, aber dann wäre die wäre es ja weg. Ja, ich weiß, wir haben ja auch halb genug in der Gegend überall, aber trotzdem. Potzol empfinde ich immer noch als, äh, ein bisschen was wertvolles, weil man das sonst nie bekommt und in diesem Graphitec hier ist es mal eine ganz besondere Staffel. Hier kriegen wir das nämlich beim richtigen Biom-Sinn. Wird schon mal was heißen. Ja, ich könnte irgendwo eine Quelle bauen, aber für die 5 Pfützen kann ich die per Zentimeter auch noch laufen. So, dann würde ich da mal den Wasser hinsetzen und einmal noch laufen. Und dann machen wir jetzt gleich hier ein richtig, oh, Entschuldigung, machen wir jetzt gleich ein richtig schönes Gefilde hier schon wieder. Gut, ähnlich wie auf der anderen Seite, aber ohne Sonnenblumen, weil die gucken in die falsche Richtung. Naja, äh, wir machen das mal so. Jetzt kommt die Erde zum Einsatz und dann kommt die Harke zum Einsatz. So und so und so und hier mache ich Zucker. Rollen, pass auf, wenn ich jetzt auf der kann ich da gerne hinsetzen, na, ja, okay, da geht's nicht, dann muss ich das Zuckerrohr hier hinsetzen, weil das darf nicht am Block dran hängen. Äh, Erde ran, haue ran, Erde ran und haue ran, okay. Dann die Hoekann weg, ähm, dann kommt jetzt, äh, Weizen, Beetrods, äh, ein bisschen Sand kann ich noch mal mitnehmen und ein Kaktus kann ich auch noch mitnehmen. Beetrods für vorne, Weizen für hier, Beetrods für hier, äh, also, ich hab's, glaube ich, auf die Quelle gesetzt. Ähm, das nach hier, das nach, also, theoretisch braucht man das Wasser da nicht unbedingt, man muss nur einmal kurz setzen und dann die Seeds halt draufsetzen, die ploppen nicht von alleine raus, aber wenn mal jemand drauf tritt, dann ist halt gut und praktisch, wenn man da was hat, so, Lillipad, Lillipad, da kann ich gerade keins setzen, Lillipad, Lillipad und Lillipad und dann darf ich noch mal neues Wasser holen und dann setzen wir das da vorne auch noch mal rein, dann kommen die Büsche und die Blumen und alles mögliche, so, man kann schon wieder essen, ähm, Gras kommt jetzt zum Einsatz, darf ich mal kurz gucken, wegen Kak, Kakteen, kommst du denn schon wieder her? Kaktus ist ein bisschen schwierig zu platzieren, dann muss ich hier das wegmachen, das, das kann ich nur an die Seiten platzieren, wo, also hier, hier geht es nichts zu, ist zu eng, hier kann ich noch einsetzen, ja, habe ich natürlich gerade mal wieder nicht rein gedacht, äh, ich baue mich mal hier mit Erde hoch, aber ja noch mal knapp hier, so, Kaktus drauf, dann, ja, hier hinten darf auch noch mal ein Kaktus hin, so, dann kann ich folgendes verwenden, ähm, kann ich mal Farmen nehmen und, ähm, Rosen und ein bisschen Bauenmehl dazu, um diese große zu züchten, Rose hier, Rose da, Farn vielleicht noch hier, dann noch mal, hier eine Rose, da, mal kurz, Entschuldigung, habe ich gerade verkackt, ähm, ich muss ein bisschen auch Abstand halten, vielleicht soll ich sogar die Rose sonst und die Blätter gleich mal mit rein, äh, keine Blätter parat, doch, hier sind noch Blätter, ich dachte gerade schon, hups, mache ich mal den hier noch und den, 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 ja, geht doch, muss ja gucken, dass es hier jetzt klappt, kann ich die Fackeln mir auch sparen, ähm, da noch mal ein Glows, so, und dann soll er gleichzeitig auch beleuchten, damit ich die Fackeln hier wegmachen kann, so, dann kann ich da ein, da, 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 und da, die Fackel wieder weg, dann, den, 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 ja doch, das wird, ähm, recht nice, glaube ich gleich, so, dann hätten wir schon mal die Büsche fertig, jetzt kommen ein paar Blumen zum Einsatz, dann kommen noch Steine zum Einsatz und Pilze zum Einsatz, beziehungsweise Fahne, ebenfalls Pilze kommt zum Schluss, so, dann, äh, da noch mal einen von denen und hier noch mal einen von denen, da hier noch mal eine, da da noch mal eine, ähm, den, 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 gerne noch mal so voreinander, da noch mal einen hin, da und da, und da und hier, gerne noch mal hochzüchten, den und den, so in der Art hätte ich halt irgendwie gedacht, kann man sich gerne noch mal neu rausholen, ja, der Zombie müsste unten drunter sein, der gerade so gestöhnt hat, aber, okay, dann hätten wir auch das schon, jetzt kommen hier die Mushrooms zum Einsatz, kommen so ein bisschen in ein paar Lücken rein, werden sich teilweise sogar noch vergrößern, ja, kann man so erst mal lassen, überall Pilzchen hin, ne, nicht hier vorne, hier hinten, äh, da noch mal einen, da einen, da einen, da einen, ja, rote Pilze fehlen da jetzt noch mal und hier noch mal einen, sehr schön, und jetzt kommen die Mossstones zum Einsatz, und ne, warte kurz, erst gelbe Blumen, gelbe Blumen, und Mossstones, sowas hier, ja, ja, ich würde mal sagen, Erde, Mossstone, Mossstone, ähm, das kann auch wieder wegfinden, Mossstone, hier darf eigentlich gern noch was hin, ich würde sagen, mal zwei ausnahmsweise, da noch mal einen hin, genau so wie hier noch mal zwei, hier darf einer hin, hier darf einer hin, Decoriert, schön, die sind also vielleicht so ein bisschen hier noch, äh, 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 ja, lass mal kurz noch mal hier ne Glosser hinpacken, fühle ich mich ein bisschen sicher, mit, oh, die Lianen fehlen noch, und die Gräser fehlen noch, das heißt, Gräser kommen jetzt hier hin, plus Wines, da muss man mal gucken, da muss ein bisschen leer aussieht, kann man noch ein Gras setzen, mach jetzt einfach in alle Lücken und so rein, oder fast alle Lücken, verdammt, äh, ich kann aber auch noch das Gras hochziehen, ha, dann der Fahnen, der gerade flötet, den Gangstie hier hinten mal hoch, und dann Gras noch hier am Boden überall rein, so, und beim Vorgehen, pimp ich das jetzt gleich, so, passt halt einfach gut hier in die, ähm, in die Gegend rein, hohes Gras, niedriges Gras, äh, ja, ja, so ein bisschen abwechseln sollte es halt sein, ähm, da hinten noch mal ein hohes rein vielleicht, normales, 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 und ich brauche mehr, ach stimmt, ich brauche eine Schere wieder, ne, die habe ich rausgetan, damn it, verdammt, ja, ich muss ein bisschen Gras formen, das fehlt noch, ich glaube sogar auf der anderen Seite, habe ich das auch noch nicht fertig, ähm, gelbe Blumen raus, hier vorne kann ich mal holen, so, da kann ich schon, eine Sekunde habe ich gedacht, ja, ich kann es einfach abbauen, dann kriege ich zwei raus, aber, äh, nicht wirklich, kleine Poppys fehlen noch, eigentlich, Gras hin, hochzüchten, Gras hin, Gras hin, Gras, das hier hinten muss hoch sein, ja, damit kann man doch was anfangen hier, und wir haben jede Menge Deko fertig, hier wird sogar noch Gras fehlen, gimme die, ich kann die Regeln machen, vordere Reihe nur kleines Gras, hintere Reihe darf auch großes Gras hin, doch, hier sogar Gras dazwischen, aber das kann ich groß machen, und, äh, ja, hier nochmal, sehr schön, damit haben wir, denke ich mal, gut dekoriert, die Basis wird, schöner aussehen, es werden noch ein paar Details dazu kommen, hier die Wines, haben sie etwas unkonaliert ausgebreitet, nach oben, ich habe eigentlich gehofft, dass sie sich nach unten ausbreiten, aber wenn es, lol, pass auf, am Ende wieder ganze Wolkenkratzer, bis komplett nach oben wachsen, ähm, müssen wir mal, schauen, hätte ich, gesagt, okay, soviel zum Zwischenstand, ich würde vielleicht nochmal, gucken, was da vorne gebaut wird, naja, machen wir in der nächsten Folge, nächste Folge, schauen wir mal, was da vorne abgeht, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Part, Dena weiß Bescheid, was abgeht, bis dann nächstes Kachen, und, tschüss. bis dann noch mal, Vielen Dank.